Wir reinigen jeden Monat über 100.000 Hightech-Bauteile in die weltweit anspruchsvollsten Oberflächensauberkeitsspezifikationen. Damit das geht, finden weite Teile der Reinigung im Reinraum statt. Klassische Reinräume sind auf minimale Partikel ausgelegt. Unsere 3.000 Quadratmeter großen Reinräume sind zusätzlich noch auf minimale Organik- und Spurenelemente optimiert und kontrolliert. Wir haben sehr hohe Ansprüche an die Reinraumtechnik, die Regeln zum Verhalten im Reinraum für die Kollegen und das Reinraummonitoring, damit wir diese hochsaubere Umgebung betreiben können und somit die hohe Oberflächensauberkeit der gereinigten Bauteile erzeugen und erhalten können.